Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wie ihr mit einem unsichtbaren Fahrzeug in GTA Online spielen könnt. Alles weitere nach dem Intro. Also, alles was ihr dafür tun müsst ist, ihr müsst in der öffentlichen Sitzung starten, setzt dann euren Spawnpunkt auf letzter Ort. Zeige ich euch ja mal ganz kurz. Spawnpunkt letzter Ort, ganz wichtig Leute. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr, also es ist nicht viel Vorbereitung, aber zwei, drei Schritte müsst ihr beachten und dann könnt ihr mit einem unsichtbaren Fahrzeug fahren. Alles weitere zeige ich euch jetzt. Seid ihr in der öffentlichen Lobby, habt den Spawnpunkt auf letzter Ort eingestellt, drückt ihr einmal Option, geht auf Online, wechselt in den Editor. Seid ihr dann im Editor angekommen, müsst ihr eigentlich nichts weitermachen, außer, dass ihr wieder auf unten, also steht hier unten, zurück zu Grand Theft Auto 5. Da klickt ihr aber nicht drauf, also bloß kein X drücken. Ihr bleibt da so stehen, drückt jetzt wieder die Optionstaste, geht dann auf Online, GTA Online spielen. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, in welche Lobby ihr wechseln wollt. Ist völlig egal, ist euch überlassen. Wichtig ist nur, wenn ihr euch eine auswählt, in dem Fall nehme ich jetzt Sitzung für Spieler mit Einladung, sobald ihr bestätigt, müsst ihr X spammen. So, das Ganze machen wir jetzt. Also, wir drücken auf X und wie ihr wahrscheinlich schon hören könnt, ich drücke jetzt die ganze Zeit X, die ganze Zeit Spam. Das mit dem X-Spam braucht ihr nur so lange machen, bis der, ich sag mal, Ladebildschirm kommt, bis ihr diese Wolken sehen könnt. Jetzt sind wir in GTA Online. Ich habe ja eine Sitzung für Spieler mit Einladung gemacht, deswegen habe ich jetzt hier keinen Stress. Also, ich bin hier ganz alleine. Wichtig ist, das ist jetzt die nächste Voraussetzung. Also, der Glitch für das unsichtbare Fahrzeug, beziehungsweise Auto, funktioniert nur mit dem Stromberg. Also, ihr könnt andere Autos wählen, ihr könnt auch den Oppressor nehmen. Leider könnt ihr die dann nicht steuern, beziehungsweise ihr könnt damit kein Gas geben. Also, es funktioniert wirklich nur mit dem Stromberg. Ich habe es ausgetestet. Und, ja, seid ihr dann im Stromberg, also ich hoffe natürlich, dass ihr alle eine Spielehalle besitzt mit Garage. Seid ihr im Stromberg eingestiegen, fahrt ihr ganz normal in eure Garage von der Spielhalle. Und danach kommt das Auto raus, ja, und dann ist das schon passiert. Dann habt ihr den Glitch fertig. Wichtig ist auch an der Stelle, wenn ihr dann ein unsichtbares Fahrzeug habt, bloß nicht aus dem Auto aussteigen. Weil das Auto ist dann auch für euch unsichtbar und dann könnt ihr den nur zerstören und nochmal neu bestellen. Und dann müsst ihr das von vorne nochmal anfangen. So, jetzt könnt ihr genau sehen, das Auto ist jetzt hier. Jetzt auf einmal, wo ich losfahre, wird der durchsichtig und jetzt müsste gleich mein Charakter wieder zu sehen sein. So, Leute, habt ihr gesehen. Also, ich weiß natürlich nicht, an der Stelle sage ich euch das nochmal, ich weiß natürlich nicht, wann der Glitch gepatcht wird. Da ist Rockstar ja immer relativ zügig drin. Heute haben wir den 13.09, wir haben jetzt 15 Uhr. Also, jetzt aktuell funktioniert der noch. Und, ja, also verschont mich mit Kommentaren, funktioniert nicht, wenn ihr den Glitch jetzt eine Woche später versucht und der vielleicht möglicherweise gepatcht wurde. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß damit. Jetzt könnt ihr hier rumfahren, machen, was ihr wollt. Sieht natürlich ganz lustig aus. Ihr könnt sogar durch andere Autos durchfahren. Ist auch ganz witzig. Und, ja, das war es eigentlich schon. Also, wie gesagt, sind gar nicht so viele Punkte. Also, Grundvoraussetzung ist natürlich, wie gesagt, eine Spielhalle mit Garage. Ihr braucht einen Stromberg. Und, ja, ansonsten guckt euch das Video an. Wenn ihr die einzelnen Steps befolgt, kann das auf jeden Fall nur funktionieren. Ich würde mich natürlich mega freuen, an der Stelle, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen würdet. Und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Euer Kraft haut rein. Ciao.